Säurewut Okay, wir nutzen wieder Fetzen Notfallheilung Hier zwei weiter fleißig drauf So, ein bisschen Heilung über Zeit So, hol dir mal die Agro zurück Lebenspunkte sehen noch recht gut aus Fetzen unterbreche ich mal Dann schütze ich mich mal vor der Säurewut Manna Trank Manna Trank Hauptbedrohung ist Hagrim, okay Mehr Heilung Auf ihn Jetzt darf ich das Fetzen nicht mehr unterbrechen Du brauchst noch mal einen Mana Trank Das ist sicherer als alles andere Du kriegst mal einen Heiltrank Das Fetzen kann leider nicht unterbrochen werden Du machst mal einen Inover Time of In So Säurewut Machen wir uns den Schutz Machen weiter drauf Vor dem mal mehr Agro von ihm Na, sie stirbt fast Deswegen Heilung Äh, Heiltrank Oh, pack mal so eine mit drauf Die hab ich ganz vergessen Und du brauchst auch einen Heiltrank Gut, ein Ruf der Dunkelheit Den können wir noch Locken Hoffe ich mal Sicherheitshalber ihm einen Heiltrank verpassen Okay, Tank down Gegner down Gut Da ist Brot Du auch Und da ist auch ein Wein So, Stufenaufstieg Wenn Lebensmittel endet, gibt es 35% seiner Mana Kosten zurück Bis zu dreimal stapelbar Okay Erlaubt mit deinem Trick bei zeitlich für den Fähigkeiten eine kritische Chance Erlaubt mit jedem Trick bei zeitlich für den Fähigkeiten eine kritische Chance Ah Das heißt, die haben gar keinen Quit-Chance Die Tick-Sachen Ne, machen wir erstmal das hier Mana zurückkriegen ist nützlich und so So, was haben wir da jetzt eingesammelt Ohne Ah, ne, haben wir noch nicht Die liegt hier Das sieht ganz noch was für unseren Serikal aus Ja Wobei, was ist mit unserer Geht die Aufmerksamkeit um zwei runter Aber dafür geht die Willenskraft um zwei hoch Und ja Machen wir es so Also der Boss War schon mal recht Interessant, sag ich mal Dadurch, dass er tot ist Ist auch hier jetzt offen Heilviehhhöhle und Lebensviehhhöhle Da Ja, wir haben recht viel Heilviehhöhlen aufgebraucht Und auch ein bisschen Brot Was ich jetzt aber halb so schlimm finde Hi Das finde ich jetzt schlimmer Weil die nerven mich Ja Ja, mehr muss ich eigentlich gar nicht tun Um sie tot zu kriegen und ja wie ich mir gedacht habe wir laufen einmal im kreis kriegen noch die auto map also die komplett map ok hier ist scheinbar der neue durchgang und da ist auch der knopf dafür hier ist wieder der hinweis dass es auf der anderen seite ist ja gut das heißt das haben wir auch abgeschlossen soweit hier ist noch was aber da wollte ich eh hingucken weil da ist der einsturz soweit ich weiß hier war wirklich nichts in der nische das habe ich ja das letzte mal vermutet dass da irgendwas ist weil mir die so komisch vorkam aber hier ist was aber wenn ich das blatt nehme platziere mich vor einer kaskade aus stein und da ist tatsächlich was aufgegangen wahrscheinlich habt ihr es nicht gehört es war nämlich recht leise dafür habe ich es gehört und noch so ein teil und die nächste nachricht was also ja ich habe es gerade schon mal gelesen okay dieses mal bist du fällig zeig mir was du daraus machst lege mich unter eine sonne an einem platz vieler träume okay neuer würfelpunkt den kriegst du diesmal das war das lock ja jetzt hast du drei würfel und du drei ne du hast zwei hast du das auch zwei und du hast auch zwei wieso hast du jetzt drei und hier jeweils nur zwei egal wer dürfte ich die gar nicht benutzen vielleicht haben die eine rücksetzzeit oder sowas weil du hast jetzt drei und ich hätte schwören können ich hätte dir auch so ein teil gegeben dass du drei hast naja egal die nische bietet sich ja allerdings an für ein lager und hey damit sind wir jetzt da schon mal auf ebene 5 oh und es sieht alles anders aus wow sieht es was ist ob wir den palast erreicht haben palast ja er wurde in der absicht gebaut dass er den kaiser und einige hüftlinge beherbergt bei dem er der kaiser persönlich gefangene verhören oder sich an ihrem leiden erfreuen wollte er war allerdings niemals richtig bewohnt es wurden trotzdem soldaten und personal angehört aber sie endeten böse und versklavt durch die sprüche des nekromanden in diesem dungeon suchen sie jetzt den ort heim wir werden ihnen wohl bald wir werden ihren weg vor weit kreuzen dann muss das auf alles vorbereitet sein kann mir einer sagen warum es so aussieht da soll mich die startung gleich anspringen und ja die räume sind recht hoch gehalten da ist ein hebel noch ein hebel und noch ein hebel ok und da oben ist ein weg ok ok so geht die seite auf so geht keiner auf will ich den da umleg nichts ich habe auf jeden fall schon schritte kaiserliche kaiserliche wachen menschen immer mal kurz nach hinten gucken ich muss sagen fros bolzen machen aua level ab eine notfall heilung für ihn gut aber ohne mana kriegen sie nicht mehr so viel hin die könnten jetzt lästig werden level ab für ihn übrigens das ist sehr toll moment wurde sie gerade unterbrochen ja sie wurde wohl scheinbar gerade unterbrochen auch sie ist tot macht den wieder auch noch tot aufmerksamkeit krit chance das würde ihre krit chance auf jeden fall erhöhen bei dem einen ring ja gut ein lagerraum plündere ich gerne um mal was neues wir kriegen also besseres essen ok kaiserliche wache ok 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 ich so gut schlägst gegen die das ist irgendwie mies dass sie mit schildschlägen unterbrechen können jedenfalls sieht das für mich so aus gut die rüstung ist schlechter raum mit drei kohlepfannen und ja ich hätte das gerade vorhin nicht sagen sollen mit den auffälligen schaltern weil wir haben ja ein neues tileset und bei dem haben wir auch neue schalter natürlich ich will noch mal ganz kurz zurückgehen weil ich mir jetzt gerade nicht sicher war ja hier kommen wir hier und hier ist eine abzweigung nach hier ok wenn ich hier am hebel ziehe mach ich hier auf wir können mich mal wenn ich am hebel ziehen mach ich die anderen beiden auf und da sieht es aus als ob es gleich nach oben gehen würde mhm ja äh nein das war falsch rum auch hier ist nur eine kleine patrouille ja da ist jetzt offen ok die da mache ich noch kalt da die recht stark sind hauen wir lieber ein bisschen mehr auf den putz ok ach ja und ich sollte ihm seinen punkt geben feuerbeitzauber von dem die mal kostnahe zauber und ihre bedrohung um 12 prozent das wäre wahrscheinlich am besten feuerregen zeit kanalisiert reichweite schadensatz brennt feinde um das ziel herum für 46 gp na gib mir den mal da haben wir einen neuen flächen zauber gut hier noch die fässer einschlagen hier kriegen wir noch mal brot Wein und würstchen so doch bei dem raum habe ich keine ahnung ob hier secret knöpfe sind nö gut das heißt ich gehe jetzt ah hier drüber hier drüber kann ich nicht auf die andere seite was heißt eigentlich ich speichere hier am besten mal das ist jetzt lp006 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 und dann sehen wir uns gleich wieder ab 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 hier